Ich glaube, dass die Menschen eine Sehnsucht haben nach Klartext, dass die CDU auch klar sagen muss, was sie will, dass wir beispielsweise bei der Migration Grenzkontrollen brauchen, dass wir beispielsweise Energie ausweiten müssen, Stichwort Kernkraft, dass wir das Heizungsgesetz so zurücknehmen werden, dass wir das Bürgergeld überarbeiten werden und das in Zukunft fördern und fordern, wieder gilt, dass wir die Aktivrente einführen werden. Das sind alles Punkte, die sind klar, die sind nicht verweichlicht. Da schwadroniert man nicht, sondern sagt klar, was man will und was man nicht will.